Der Morgen meines 16. Geburtstages war der glücklichste meines Lebens. Ich erwartete den Prinzen Anton Ulrich, dem ich für immer angehören sollte. Ich glaubte an die Erfüllung meiner Träume. Nein, die ganze Welt weiß, wie er ist und auch wie er ist. Idiotore! Sie ist noch ein Kind, sie ist noch so unerfahren. Es scheint, der Knabe hat wenig Ahnung von häuslichem Glück. Sag deiner Mutter, sie soll dich darin unterrichten, mein Sohn. Ihr seht gerade so aus, als wollte ich euch hängen. Wie soll ich sonst noch sehen? Geirrt? Wir reisen durch Westfalen nach Holland. Dort nehmen wir sofort ein Schiff nach Schweden. Ist er hier? Königsmagden. Ich lasse ihn erschießen. Erschießen, ja erschießen lasse ich ihm hier einen Hund. Rette dich, Philipp, rette dich, er will dich töten. Ja! Ich lasse ihn, ja erschießt. Geirrt! 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 Ja!